Folge Nummer 9 von Avorion. Wir sind unterwegs und suchen uns eher Bergbau-Miner und auch Bergbau-Upgrades und haben jetzt hier auf der Strategiekarte das zweite Schiff da vorne. Aber naja, wir können das auch aus der Strategiekarte rausnehmen und wir schicken das einfach mal hier. Warte mal, hier ist das. Wer ist denn das hier? Ass Reiter 3 ist das und hier haben wir Ass Reiter Discover und Reiter 1. Okay, Discover bräuchten wir dann. Und Discover sollten wir vielleicht mal weiter schicken. Lass mal da hinfliegen, dann könnt ihr da ein bisschen mehr entdecken und hier haben wir noch Ass Reiter 3. Den schicken wir mal nach oben. Warte mal, Quatsch. Den da hin. Ne, warte, wieso klappt das jetzt gerade nicht? Ass Reiter 3. Alles klar. Klicke zum Auswählen. So, jetzt sind wir auch dran, ne? Und den schicken wir mal nach da oben. Und unser Schiff hier, wo schicken wir das denn? Gute Frage. Vielleicht hier irgendwo. Das ist ein Notrufsignal. Ja. Hier. Missionen-Notruf. Missionen-Notruf. Alles Notrufe. Hier tausend andere Notrufe auch noch. Alles gefährliche Dinge, denke ich. Der Rand war nach unten, ne? Dann muss ich aber weit raus. Okay, wir sind ziemlich am rechten Rand. Alles klar. Hier haben wir ein Tor gefunden letztens. Wie weit geht denn das rein? Okay, das ist weit. Keine Ahnung, wo es rauskommt. Sieht man nicht. Würde aber sicherlich was bringen, da mal rein zu fliegen, um nur kurz zu gucken, was dahinter ist, ne? Okay, aber der da weiter. Und er hier. Ist meiner 1. Baut doch mal ab. Baut er wahrscheinlich schon. Da ist ja eine Zahl. So, hier sind. Das ist Reiter 1. Und das ist Discover, oder? Ne. Doch. Wieso ist Discover jetzt nicht weitergeflogen? Sollte Discover nicht dahin fliegen? Ich glaube schon, ne? Okay. Discover fliegt bitte dahin. Und wir bleiben erstmal noch gerade hier, weil wir schicken erstmal die anderen weiter. Der kann da bleiben. Und wir fliegen mal. Ist hier was? Hier ist wohl das Schiff von den Lilies. Ja. So, er ist jetzt da. Da gibt's aber keine weiteren Tore. Das ist schade. Ja, dann müsste man sagen, er soll mal wieder woanders hinfliegen. Aber hier unten gibt's ja auch noch Blips. Dann fliegt du mal dahin. Du kannst gerade dahin fliegen. Und da gibt's aber kein Tor oder so, ne? Was haben wir denn da? Handelsposten-Ressourcen-Depot? Mehr nicht. Und 1055 Asteroiden. Dann fliegt mal weiter nach da. Ja, er hat noch ein Ziel. Und das sind wir, ne? Und wir wollen jetzt mal gucken, dass wir das Tor nach Nord- Ost-Sütt-Ost. Ne, ich wollte nach Nord-Westen hin. Oh, da oben ist noch ein Tor. Nord-Ost, ne? Achso, hier oben ist noch das Dingens-Depot hier. Ausrüstungs-Doktor. Gucken wir mal gerade noch rein, was die haben. Weil wir Zeit vergangen haben, wo wir Ausrüstung hier vielleicht finden können. Point Defense, Mining-Jäger. Achso, Jäger. Ne, wir wollen hier gucken. Transporter-Software. General-Depot, Geschützkontroll-System, Scanner, Geschütz-Schild. Das ist alles nichts. Doppel-Point-Defense, Doppel-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel. In Ära ist da nicht bei. Ja. So, bedeutet, wir brauchen das nicht. So. Was war das? West-Nord-West. Das ist doch unser Tor, ne? Fliegen wir da mal rein. Na, es gibt keine Ersatz für verlorene Extremitäten. Na, super. Gut, dann sind wir schon mal drin. Schütze nicht vor Kollisionen. Schütze nicht nicht vor Kollisionen. So. Okay. Wir sind da weitergeflogen. Wir gucken aber erstmal hier. Er hat da nichts. Dann fliegt er mal da hin. Und er ist da und hat da nichts. Und wir fliegen mal eigentlich da hin. Aber ich gehe mal den Sektor daneben. Das ist ein bisschen sicherer wie da, wo der Notruf herkommt. Weil ich weiß auch gar nicht, was der macht oder nicht macht. So. Was haben wir? Da haben wir einen Ausrüstungs-Stock. Da schauen wir gleich rein. Dreifach-Machinengeschützt-Turm. Da ist nur ein normaler Bergbaulaser. Und hier haben wir einen Scanner. Quantum 3 Fortgeschrittenes Handelssystem. Das ist natürlich nicht schlecht, oder? Handelsroutenerkennung 131.000 haben wir leider gerade nicht. Ja, das ist jetzt nicht so toll dann, ne? Weil das wäre jetzt mal ein Ding, das ich gekauft hätte. Während das aber Wieso stehen da 32.812 da drunter? Während die 131 da rechts stehen. Das will mich jetzt gerade komisch. Okay, nicht schlimm. Der ist weggeflogen. Krass sah das aus. Okay. Aber wir könnten ja auch was wenn verkaufen, ne? Oh, da. Asteroid. Ich glaube, den können wir gerade einnehmen. Da kriegen wir Geld für, würde ich sagen, oder? Das ist natürlich krass, dass der gerade mal so eben nebenan war, oder? Haben wir echt Glück gehabt, den zu sehen. Aber den kann man gar nicht einnehmen, oder wie? Ja, das ist ja doof. Schade. Ich habe gedacht, das wäre jetzt was für uns zum Mitnehmen. Okay, dann halt nicht. Handelsposten, da. Ressourcendepot. Fliegen wir da mal gerade näher. Da ist ein Dock. Hm, ich wollte eigentlich angedockt sein, ne? Dachte, jetzt geht's erst. So. hohe Erze, refinieren, Ressourcen handeln. Aber liefern auch die haben wir eine Aufgabe sogar, da, wie sehe ich das? Aber dann können wir auch Refinereien hermachen, oder? Aber haben wir ja gar nicht. Haben wir nichts mit. Ja, das bringt uns dann nicht so wert, die 104.000, die sind gerade nicht hier unterwegs zu kriegen, oder wie sehe ich das? Gro an Ressourcen handeln. Achso, die wollen wahrscheinlich nur das haben, ne, oder? 16.579. Aber wir haben genug Geld erstmal gekriegt, das ist ja schon mal was, oder? Achso, das ist von denen, wir haben ja viel mehr, also wir können jetzt nochmal 50.000 verkaufen. So, und dann haben wir ein bisschen mehr Geld, so sieht's aus. Sollte man verstehen, den Plan, der dahinter steckt, ne? So, gut, da haben wir ein bisschen Geld jetzt gemacht. Wie viel war das? 300.000 oder so was? Ne, das war falsch. 300.000, ach, 400.000 fast, okay. Was haben wir hier? Ein Solarkraftwerk, ne, das brauchen wir jetzt nicht. Den konnten wir leider nicht einnehmen, alles ist gut. Karte aufdecken, er ist jetzt noch nicht ganz da, er soll mal da hinfliegen und er soll mal da hinfliegen. So, was haben wir da? Ah, jetzt hat er das entdeckt. Assourcen Depot, nix besonderes, aber er kann hier jetzt ein Tor benutzen, ne? Äh, ja. So, jetzt lassen wir gerade überlegen, was wir hier erstmal machen. Da unten war das Depot, warte mal, da können wir nochmal, was war das? Das Handelsdingens wollten wir doch haben. da ist es M, ne, nix M, F. War doch hier, ne, oder? War ja schon weiter gesprungen. Nein, Ausrüstung handeln wir hier. Hier ist es fortgeschrittenes Handelssystem, das wollen wir kaufen. Können wir nicht, weil es aus der Ferne ja nicht geht. Also andocken, fliegen. Fliegen wir da schnell hin, ist ja nicht weit. Hm. 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 Kommen wir danach noch ran. Ja, wieso geht denn das mit dem Docken nicht? Ich habe das Ding nicht ausgewählt, doch, ne, oder? Naja. Dann docken wir so. Interagieren wir damit. So, Ausrüstung handeln und da und fortgeschrittenes Handelssystem. Warte mal, Wirtschaftsübersicht gibt es nicht. Ein Handelsrouten, gibt es Handelsroutensektoren? Einer. Na, das ist jetzt nicht so der Bringer. Wir brauchen ein bisschen was Besseres noch als das. Ich glaube, das lassen wir besser. Also ich glaube, wir sind jetzt hier bei selten und brauchen vielleicht außergewöhnlich. Sprungreichbreite ist da natürlich eine Ecke mehr. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Gut, das lassen wir so sitzen, wie es ist. Ist das da ein Ding in Zerstroid? Nein, Gut, okay. Bedeutet wo wollen wir hin? Ich denke, wir wollen da nach links und dann runter. Also nach Westen wollen wir ein Tor. Da ist ein Tor. Ist das das West-Tor? Ost-Tor. Ost-Düth-Ost. Da oben ist noch ein Tor. West-Tor. Das ist unser Tor. Oh Gott. Kann man denn, können wir unser Schiff jetzt da hin manövrieren? Ich glaube nicht, ne? Ne, das hat kein Kapitän. Dann geht das da mit. Schade. Okay, das heißt, wir fliegen mit dem Schiff da selber hin. Passt. Okay, dann Karte aufmachen und weiter gucken, was die anderen beiden da machen. So, wir sind auf jeden Fall ein Stück weiter und er hier hat auch was entdeckt, ne? Ach so, da waren wir schon dran. Ne, den wollte ich hier unten gucken, ne? Schiffswerft und Reparatur-Doc. Hm. So. Warte mal, was war das für einer hier? Oh, Fraktion haben wir gekauft. Wer war das? Das war Discover hier unten. Okay. Discover. Nein, nicht. Du sollst da bleiben. Shit, jetzt habe ich wieder falsch geklickt. Gut, dann gehen wir erst da hin. Ich komme jetzt nicht da hin, oder? Ne, die werden angerufen, ist klar. Wir wollten nach Süden dann, ne? Nord-Nord-West-Tor. Hier gibt es richtig Rabatz, das wollen wir jetzt gerade nicht mitmachen. Da sind wir durchgekommen. Da ist ein Tor. Süd-Tor. Also da schnell hin, bevor wir einhofer aufs Hörnchen kriegen, fliegen wir lieber da rein. Okay. So. Achso, wir fliegen einfach da weiter. Das ist ein Notrufsignal, wir wollen weiter da hin. Okay. Was haben wir hier drinnen? Ausrüstungs-Doc. Okay, dann gucken wir erst nach dem Ausrüstungs-Doc. Da unten ist ein Forschungs-Station. Ja. Da ist es. Und mal reingucken. Dreifach-Point-Volter, geschützt und Doppel-Beifach-Doppel-Doppel-Maschinen-Doppel-Doppel-Doppel-Doppel. Alles gut, alles nichts Besonderes. Bergbausystem. Da ist ein Bergbausystem. Ich glaube, das sollten wir kaufen. Das ist zwar jetzt ungewöhnlich, aber das ist schon mal Warte, was kann's? Materialtrainium. Reichweite 3,06. Asteroiden 16. Bei Festinstallation nicht aktiv. Material Level 1 plus 1. Reichweite plus 1,98. Asteroiden plus 8. Energieverbrauch. Zeigt Menge, Ressourcen im Berg. Okay. Ja, zack, ne, mal fliegen wir hin. Das ist das, was wir brauchen. Der Thomas Steele wird sich freuen, dass wir das haben. Fliegen wir hin. Ist ein bisschen weiter weg, aber wir haben dann das erste Teil, was wir in eines unserer Schiffe einbauen können. Gut. Sub. Oh, das war die falsche Richtung. Da waren wir noch nicht fertig gedreht, ne? Traktorstrahl. Passt. F. Ausrüstung. Bergbausystem. Kaufen. So, nochmal hier gucken. Nicht, dass wir übersehen haben. Special Offer. Nein, das ist alles das Normale. Und der Rest ist ja... Karte wäre natürlich auch nicht schlecht zu kaufen, aber das ist viel Geld, ne? Ne, das lassen wir mal. Gut, das war hier jetzt. Wir sind also einen Schritt weiter. Jetzt würde ich aber sagen, verbleiben wir erstmal hier so. Gucken gerade noch hier, wer ist das denn hier noch? Was ist der noch? Der baut noch ab. Das sieht man ja hier. Wir haben jetzt ihn hier. Und der kann ja mal... Ja, ich weiß nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn hier aus... Aber wie ich in den Sektor komme. Ja, ich habe... Ach so, hier. Da, alles klar. Wechseln. Jetzt sind wir da unten. Jetzt haben wir es doch noch geschafft. Jetzt sind wir natürlich weitergesprungen. War jetzt nicht so die tolle Idee, ne? Gut. Dann lass ihn da fliegen. Wir gehen in das Schiff. Wechseln da rein. Ja, Rechtsklick auf der Karte war ja auch noch möglich, ne? So, springen wir gerade da rein. Und gucken, dass wir das eine Tor in Angriff nehmen und dann dieser Route da folgen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Ost, Nord, Ost? Ne, das ist das nicht. Da ist noch ein Tor. West, Nord, West. Das ist doch unser Tor, oder? Blicken wir da mal schnell rein. Und dann machen wir den großen Sprung, oder? Ja, super. Hat nicht ganz gereicht, ne? So, da passt's. So, gut. Dann sind wir da auch noch durchgesprungen. Gucken gerade hier die Karte an. Aber da ist nichts Besonderes zu haben. Okay. Dann schauen wir gerade hier rein. Da geht's ja weiter. Das können wir nächstes Mal machen. Ah, wir haben jetzt hier unten den noch. Er macht doch mal da ein Fliegen, ne? Und wo ist der grüne Blips, der da war? Da war doch ein grüner Blips, oder? Ne, ich möchte nur die Karte verschieben. Da war kein grüner Blips. Hier war doch eben noch so ein... Achso. Ne, hat sich schon erübrigt. Warte mal. Ja, ich weiß nicht. Das bringt ja uns dann nicht wirklich was, oder? Dann, äh... Springen wir da zurück. Hat keinen Sinn. Was haben wir hier? Achso, da ist noch ein Zwischenpunkt gewesen. Ja, okay. Wir werden nächstes Mal da weiterfliegen. Da weiterfliegen. Und hier fliegen wir zurück, um das Tor wieder nutzen zu können. Damit wir da weiter vorankommen. Aber das machen wir, wie gesagt, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Und genauso das Teilen von diesem Video auf anderen Kanälen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.